hallo und herzlich willkommen zu diesem system scout tutorial mein name ist malte haaring und ich bin product owner bei der blutelligence und verantwortlich für die performance suite von der der system scout teil ist bevor wir in den system scout reinspringen möchte ich noch mal kurz die performance suite in ihrem aufbau vorstellen mit ihren einzelnen produkten da das system scout hier nicht das einzige produkt ist wir haben also klassischerweise den doku performer der für die automatisierte dokumentation von technischen entwicklungen genutzt werden kann wir haben den system scout für die systemanalysen über die wir heute sprechen werden wir haben den migration booster für migrationsarbeiten falls sie auf ein bw forana migrieren wollen und wir haben den translation steward für die übersetzungsarbeiten von bw objektbeschreibung heute in diesem tutorial soll es lediglich um den system scout gehen mit dem ich ihnen demonstrieren will wie sie in ihre systemlandschaft den überblick reinkriegen und die transparenz bewahren genau bevor wir in das tool selbst springen möchte ich noch mal kurz demonstrieren vor welche herausforderungen man eigentlich so gestellt wird wenn man die verschiedenen sap lösungen zur datenmodellierung und visualisierung einsetzt dafür habe ich ein kleines schaubild mitgebracht wo wir mal verschiedene lösungen aus dem sap analytics bereich sehen und die verschiedenen modellierungs optionen und visualisierungs optionen von daten zu gesicht bekommen was wir hier schon ganz gut sehen können ist dass wir verschiedene datenmodellierungs optionen haben wenn man nun diese lösung im einsatz hat oder einen teil dieser lösungen im einsatz hat wird man relativ feststellen relativ schnell feststellen dass es sehr viele möglichkeiten gibt diese daten ja zu modellieren und auf unterschiedliche weise zu visualisieren und dadurch entstehen beziehungen zwischen den systemen und zwischen den objekten über die man mit der zeit sehr schnell den überblick und die transparenz verlieren kann nehmen wir uns mal ein paar beispiele es gibt natürlich die möglichkeit dass wir beispielsweise mit analysis for office auf eine bw-query gehen und diese bw-query basiert klassisch auf einem bw datenmodell auf dem composite provider der adso sind sich trägt wir könnten auch mit einem design studio oder lumiera bericht direkt auf einen hana composite provider gehen oder auf ein multi provider und die query überspringen und dieser hana composite provider bezieht seine daten dann wieder aus dem adso wir haben weitere möglichkeiten die hana und bw welt in einem sogenannten mix szenario zu kombinieren dann haben wir noch weitere szenarien wir haben jetzt hier beispielsweise eine analytik application in der sac diese konsumiert daten aus einem sap sac model und dieses model basiert auf einer live connection richtung bw query und wir haben wieder das klassische bw datenmodell darunter oder man setzt auch die embedded analytics lösung und geht direkt mit seinem sac model auf die cds views die man in erp oder s4 system modelliert hat man setzt natürlich nicht alles gleichzeitig rein ich hoffe dass sie sich hier mit ihrem ansatz wiederfinden was ich allerdings verdeutlichen will ist dass es diverse möglichkeiten gibt daten zu visualisieren und zu modellieren und dass je nachdem wie man das ganze nutzt dass verbindungen zwischen den systemen zwischen bo sac bw hana und erp aufgebaut werden über die man mit der zeit schnell den überblick verlieren kann also abhängigkeiten zwischen den objekten innerhalb der systeme haben wir auf der einen seite wir haben aber auch systemübergreifende abhängigkeiten und diese abhängigkeiten sind mit den standardmitteln der sap nicht immer trivial nachzuvollziehen und deshalb deshalb glauben wir von blutelligence dass es sinn macht tool unterstützt transparenz in diese ganze welt reinzubringen zusätzlich zu der datenmodellierung und der visualisierung haben wir hier natürlich an verschiedensten stellen logiken bei der bw datenfortschreibung beispielsweise kann können routinen eingesetzt werden die auf abab oder sql skript basieren wir haben skript basierte views table functions auf der hana oder skript basierte cds views wir haben also auch an verschiedensten stellen coding was nicht immer ganz so einfach nachzuvollziehen ist und auch da glauben wir dass es sinn macht tool unterstützt eine möglichkeit zu bieten die transparenz in die datenmodellierung und visualisierung bringt und damit sie jetzt nachvollziehen können wie das ganze funktioniert habe ich eine live demo mitgebracht und wir schauen uns mal an wie der system scout diese aufgabe angeht das system scout bietet also analyse funktionen die transparenz in die sap systemlandschaft bringen und diese analyse funktion kann ich auf zweierlei weise auf zweierlei weisen anstarten entweder ich mache so dass ich von der analyse funktion ausgehe und diese zunächst starte und dann mein objekt auswähle was ich analysieren will oder ich mache es so dass ich meine analysen von dem objekt selber ausstarte und über das kontextmenü gehe dazu öffne ich zunächst mal eine query denn ich möchte zeigen wie man das datenmodell unterhalb einer query mit dem system scout analysieren kann und wie man sich über ein eine ganze applikation eine übersicht verschaffen kann dazu kann ich die query meines bw systems hier suchen über eine suchleiste und wir haben jetzt hier eine query procurement value analysis die ich mir genauer anschauen will dazu kann ich das kontextmenü nutzen und kann mir zunächst einmal den datenfluss anzeigen lassen der unterhalb dieser query innerhalb des bw systems existiert jetzt geht das tool mit funktionsbaustein in das bw system und analysiert die ganzen abhängigkeiten die zwischen den objekten innerhalb des bw systems existieren was wir also sehen ist die query basiert auf einem hana composite provider der konsumiert daten aus verschiedenen adsos aber auch aus einem hana calculation view dann haben wir verschiedenste transformation mit fortschreibungs logiken wir haben hier ein corporate memory layer und am schluss die data sourcen auf bw seite das ist zunächst mal nichts besonderes sowas kriegt man sicherlich auch noch mit der sap gui oder mit eclipse hin und zu den besonderheiten kommen wir jetzt das ist natürlich jetzt die bw perspektive auf das ganze datenmodell hier kann ich aber noch nicht wirklich nachvollziehen welche frontend objekte denn jetzt mein datenmodell konsumieren oder beispielsweise woher eigentlich die daten aus welcher quelle die daten so wirklich kommen und hier kommen wir schon zu den ersten vorteilen des translation des system scouts und zwar können wir uns hier abhängige objekte aus anderen systemen anschauen also welche frontend objekte basieren eigentlich auf dieser query und beziehen daten daraus dazu kann ich hier oben ganz einfach auf show higher level entities klicken und bekomme eine liste aller frontend dokumente die auf dieser query basieren ich blende jetzt mal zwei davon ein damit wir es übersichtlich halten aber wir können sehr schön erkennen dass der system scout schafft diese abhängigkeiten in dieser netzwerk grafik anzuzeigen was haben wir also wir haben eine sac story die wiederum auf einem sac model basiert und dieses model nutzt eine live connection um daten aus der bw query zu konsumieren ebenso tut es diese lomera dashboard procurement analysis auch das nutzt diese query als datenquelle also hier schon mal ein erstes schönes beispiel wie der system scout die system übergreifenden abhängigkeiten von bw richtung frontend richtung b o sac abbilden kann das ist natürlich nicht alles wenn wir jetzt zum beispiel noch mal einmal nach unten schauen wollen und nachvollziehen wollen aus welchen ja quellen sich die data sourcen auf bw seite hier bedienen dann habe ich die möglichkeit mir diese ebenfalls anzeigen zu lassen indem ich hier oben auf show lower level entities klicken machen wir das einmal dann sehen wir relativ schnell dass diese data sourcen daten aus verschiedenen cds views meines erp-systems konsumieren und diese cds views sehe ich hier mittels der data definition die dahinter steht entsprechend angegeben das ganze muss man sich jetzt mal durch den kopf gehen lassen der system scout schafft es hier objekte aus vier verschiedenen welten nein sogar aus fünf verschiedenen welten in einem schaubild zu vereinen jetzt kann ich das ganze noch visuell so ein bisschen aufhübschen mit dem system scout das heißt es gibt auch so ein paar visuelle aspekte und zwar kann ich mir gewisse layer architekturen hervorheben lassen farblich indem ich hier oben klicke und die layer einblenden lasse und hier lässt sich jetzt ganz schön erkennen was wir hier haben wir haben natürlich den presentation layer mit den sac dokumenten und lumira dokumenten wir haben den reporting layer mit der query dem virtual data mart den edw layer den transformation layer und so weiter und wir können sehen dass die cds views aus dem s vorhana stammen und der calculation view natürlich aus der hana datenbank das sind also schon mal erste funktion des system scouts die einem dabei helfen einen überblick über eine ganze applikation zu erlangen blenden wir das zunächst mal aus denn als nächstes möchte ich zeigen wie man erste funktionalitäten nutzen kann um auch die fortschreibungs logiken innerhalb dieses datenmodells genauer nachzuvollziehen wir haben hier verschiedene transformationen in diesen transformationen kann es natürlich vorkommen dass man auch daten aus anderen infoprovidern nachliest mit sogenannten look ups diese look ups oder diese infoprovider sehe ich natürlich nicht auf anhieb hier in diesem schaubild weil sie nicht direkt mit einer transformation an irgendeinen infoprovider angebunden sind dennoch bietet der system scout die möglichkeit solche daten nachleser operationen zu identifizieren indem ich für dieses datenmodell einen look up scan ausführe das kann ich hier oben starten und nun durchsucht das tool alle transformationen und schaut wo denn in irgendwelchen logiken nachleser operationen stattfinden die transformationsknoten haben sich jetzt aufgeklappt und ich bekomme zusätzliche informationen angezeigt wo denn noch zusätzlich daten her gelesen werden hier haben wir beispielsweise ein look up auf die aktive tabelle eines adso mit dem technischen namen zpdw13 hier unten haben wir ein look up auf eine dedik tabelle namens zvendor oder wir haben auch stammdaten nachleser operationen hier auf null material wenn ich das ganze genauer nachvollziehen will kann ich mir sogar den quellcode anzeigen lassen also möchte ich wissen wie genau jetzt daten aus dieser aktiven tabelle gelesen werden kann ich die transformation mit einem rechtsklick anklicken und kann sagen bitte zeige mir einmal den quellcode ich möchte gerne nachvollziehen wie das passiert und ich kriege sehr schnell die stelle gehighlighted wo genau dieser look up auf die aktive tabelle passiert jetzt kann es natürlich neben den fortschreibungsroutinen noch filter operationen geben also wo an welchen stellen werden in diesem datenmodell eigentlich daten gefiltert auch dafür bietet der system scout gewisse datenfluss funktionalitäten und die kann ich hier über das dtp icon aufrufen indem ich hier den dtp und info package filter scan starte es passiert analog zu dem was der look up scan gerade auch gemacht hat also wir gehen durch die verschiedensten transformationen suchen uns die dtps dazu und zeigen dann an an welcher stelle denn gewisse daten gefiltert werden wieder öffnen sich die transformationsknoten und ich kann sehr schön erkennen aha hier gibt es anscheinend einen festwert filter auf die einkaufsgruppe mit dem wert pg1 oder hier werden genau material klassen werte ausgefiltert aus der datenfortschreibung das ganze funktioniert natürlich nicht nur für festwerte sondern auch für filter routinen oder filter variablen die man an den verschiedensten stellen platziert haben könnte möchte ich nun nachvollziehen wie daten fließen dann habe ich die möglichkeit mit dem system scout sogenannte mapping analysen durchzuführen das ist insbesondere interessant wenn man nachvollziehen will woher denn jetzt ein bestimmtes merkmal oder eine bestimmte kennzahl dieser query eigentlich kommt also wo hat diese kennzahl oder diese dimension ihren ursprung um das herauszufinden kann ich die sogenannte mapping analyse ausführen und wenn ich diese starte dann wird der system scout für jede jedes merkmal und jede kennzahl dieser query eine mapping analyse bis runter zur data source ausführen und wird uns dann das ganze visuell aufbereiten so dass wir mit einem klick sehr schnell nachvollziehen können woher eine gewisse information stammt und was mit ihr im laufe des datenflusses das ganze kann ein paar sekunden dauern weil wir das jetzt natürlich für alle dimensionen und kennzahlen machen aber dennoch ist es wesentlich schneller als der manuelle aufwand der da eigentlich hinter stecken würde auf den ich gleich nochmal zu sprechen kommen wir haben jetzt hier auf der rechten seite den aufbau der query nochmal als baumstruktur dargestellt damit ich die das merkmal oder die kennzahl auswählen kann für die ich mich interessiere und das machen wir jetzt gerade mal für die kennzahl null deliveries gehen wir mal davon aus wir haben die fragestellung zu erfahren woher diese kennzahl kommt und wie sie fortgeschrieben wird dann kann ich da einfach draufklicken und wir sehen sehr schön wie der system scout das mapping visuell auflöst die query konsumiert das ganze natürlich aus dem hana composite provider der wiederum bezieht die kennzahl aus diesem adso und dann kommen wir zur ersten transformation wo wir anscheinend ein direct assignment von null deliveries zu null deliveries haben aus dieser infosource diese infosource wird wiederum mit einer weiteren transformation versorgt wo es ein mapping zwischen dem feld a lief und dem feld a lief und dem feld a lief in dem adso gibt das ist jetzt eine relativ einfache fortschreibung dieser kennzahl in den meisten fällen kann sowas sehr komplex werden weil wir natürlich unterschiedliche regeltypen haben beispielsweise routinen feldroutinen endroutinen expertenroutinen und so weiter aber auch die kann der system scout abbilden dazu möchte ich mal die kennzahl oder quantity electronics nehmen diese wiederum basiert auf einer eingeschränkten kennzahl und da haben wir die basis kennzahl null oder quant und die wollen wir jetzt auswerten und dann sehen wir dass der system scout es auch schafft sowas wie formeln und routinen gescheit abzubilden und sollten diese hier in der transformations logik enthalten sein dann kann ich mir die auch anschauen indem ich da einfach draufklicken also eine sehr sehr komfortable möglichkeit um einen sehr guten einblick in das komplexe mapping einer eines datenmodells zu bekommen genau ich würde es bei der mapping analyse jetzt erstmal so bleiben lassen und nochmal darauf hinweisen dass der system scout natürlich auch über das datenmodell hinaus weitere analysen bietet und zwar ist es so dass ich mir mit dem system scout auch den aufbau von einzelnen objekten anschauen kann sollte ich zum beispiel an dem aufbau einer bestimmten query interessiert sein dann kann ich diese sehr bequem aus dem datenfluss ansprechen und kann sagen bitte zeigt mir doch mal wie du aufgebaut wirst oder aus welchen elementen du bestehst dann geht der system scout natürlich wieder ins system sucht sich die bestandteile dieser query raus und zeigt mir das als baumstruktur ich bekomme also den aufbau mit den verschiedenen filtern mit den freien merkmalen mit den kennzahlen und zeilen und spalten definition welche variablen verwendet werden und welche conditions und so weiter das ganze kann ich auch weit aufklappen um hier wirklich die ganzen abhängigkeiten und filter einstellungen zu sehen oder auch die formel berechnung von berechneten kennzahlen oder die einschränkung von eingeschränkten kennzahlen ich kann mir den aufbau nicht nur anzeigen lassen sondern kann den entlang meiner systemlandschaft auch vergleichen also wenn ihre systemlandschaft aus einem entwicklungstest und produktivsystem besteht dann kann es manchmal die verfragestellung geben was ist eigentlich der unterschied dieser query zwischen dem produktivsystem und dem entwicklungssystem auch dafür bietet der system scout entsprechend vergleichs funktionen das heißt ich kann hier in einen so genannten comparison mode gehen und kann die gleiche query in einem anderen system aufrufen diese zum vergleiche auf die rechte seite ziehen und mir automatisch anzeigen lassen was denn der unterschied zwischen dem produktiv und dem entwicklungssystem ist dafür kann ich hier oben auf automatic comparison gehen kann sage bitte zeige mir mal alle unterschiede unterschiede zwischen diesen zwei queries in den unterschiedlichen systemen und ich bekomme sehr schön hervorgehoben wo es denn hier unterschiede gibt und das runter bis auf die einzelnen werte einschränkungen genau wir haben soeben im datenfluss mit in einer sehr schönen netzwerk grafik gesehen was für abhängigkeiten hier in system oder system übergreifend entstehen wenn ich sowas mal nicht visuell auswerten will sondern eher informativ listen mäßig dann kann ich das ebenfalls machen und dafür bietet der system scout sehr mächtige where used analysen ich kann zum beispiel mehrere objekte gleichzeitig hier auswählen und kann mir anzeigen lassen wo diese verwendet werden also ein klassischer verwendungsnachweis allerdings geht der system scout hier ein bisschen weiter als die sap standard funktionalitäten wir prüfen nämlich nicht nur die verwendung eines objektes innerhalb des systems also innerhalb des bw systems in diesem beispiel sondern wir überprüfen die verwendung system übergreifend und auch innerhalb des codings im bw system ich habe also hier bei der reused analyse die möglichkeit die verwendung auf bo seite zu prüfen die verwendung auf hana seite zu prüfen oder auf shc seite und ich kann zusätzlich die verwendung von gewissen objekten in irgendwelchen coding im system prüfen wenn ich das alles auswähle kann ich eine reused analyse starten und nun bereitet mir der system scout das ergebnis im detail vor wir werden gleich sehen dass es dann unterschiedliche tabs gibt wo die ergebnisse zusammengefasst werden damit wir einen vollumfänglichen überblick darüber haben wo objekte denn überall verwendet werden dies kann insbesondere hilfreich sein wenn man objekte ändern will und verstehen will was denn der die auswirkung dieser änderung sein kann und was man danach nach dieser änderung eigentlich an konsistenz prüfen sollte wir haben also hier ein tab mit der verwendung dieser objekte innerhalb des bw das ist nichts besonderes das kann die sap auch allerdings haben wir hier eine erste besonderheit und zwar können wir uns die verwendung von objekten im coding anzeigen lassen und es scheint so als würde dieses adso in der transformations logik dieser routine verwendet werden und wenn ich das genauer sehen will kann ich mir auch hier das quer den quellcode noch mal genauer anzeigen lassen ich habe die verwendung auf transporten ich habe die verwendung auf ein hana objekten die verwendung richtung src und die verwendung richtung business objects also eine vollumfängliche bei used analyse ok ich hoffe in diesem kurzen tutorial konnte ich ihnen zeigen wie der system scout dabei helfen kann system übergreifende aber auch innerhalb des systems die die abhängigkeiten zwischen den ganzen objekten darstellen kann damit sie nicht den überblick verlieren welche verbindungen hier zwischen den sap system existieren damit kommen wir zum ende meiner live demo ich hoffe sie haben das tutorial genossen und falls sie fragen zu den gezeigten funktionen haben dann kontaktieren sie uns gerne wir helfen ihnen da sehr gerne weiter das war's von meiner seite ich sag tschüss und hoffentlich bis bald